Hallo, ich bin die Verena, ich bin 15 Jahre alt und ich habe gerade eine Lehre als Bürokauffrau in der WKO begonnen. Ich persönlich finde, dass man unzählige Möglichkeiten hat, einen perfekten Ausbildungsweg oder auch einen Lehrberuf zu finden und man kann auch seine persönlichen Stärken herausfinden und man kann sofort, wenn man irgendwelche Fragen hat, auch mit den Ausstellern in Kontakt treten.